Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal, heute beim Thema TOA100. Ich habe das Video jetzt mal aus dem Step-by-Step-Guide rausgenommen, weil es ja schon ein fortschrittliches Thema ist. Und bevor ich anfangen möchte ich aber gerne noch den Gewinner des Gewinnspiels preisgeben und das ist der Dodo123. Dazu wird das Opening Video am Freitag kommen. Und alle die jetzt nicht gewonnen haben, keine Angst, das Event bzw. das Gewinnspiel kommt einmal im Monat. Also das heißt, ihr habt jeden Monat die Chance was zu bekommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn nächstes Mal wieder ein paar Leute mitmachen. Und damit fange ich jetzt mit dem TOA-Thema an. Ihr habt jetzt hier rechts an der Seite das jeweilige Monster und die dazugehörigen Rohn. Und unten einmal nochmal die komplette Teamübersicht. Das ist das erste Team, was ich euch zeige. Es folgen auf jeden Fall noch weitere. Der Nachteil bei dem Team jetzt hier, es dauert halt verdammt lange. Das Video würde normalerweise 22 Minuten gehen. Ich habe das Ganze aber jetzt ein Stück verschnellert, damit ich euch das nicht antun muss. Und ich werde am Ende des Videos noch was dazu sagen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020